Kareks, lass mich mal mitschießen. Ich will auch, ich will auch, ich will auch. So, Kai dann aufstehen. Keine Müdigkeit vorschützen. Wir müssen der Savarin im Kombi, beziehungsweise dem Mega Reaper, der die Unendlichkeit schon erlebt hat und noch erleben wird. Und ja, das ist zumindest seine Meinung, aber wir werden mal schauen, was wir tun können, um diesem Spuk ein Ende zu bereiten. Hier muss es doch irgendetwas geben, was wir tun können. Wir können ja nicht einfach irgendetwas unversucht lassen. Kontrolle, Geschützturm. Darunter glaube ich jetzt weniger. Wir müssen da hoch. Zum Geschützturm. Und dann müssen wir irgendwie, also den Geschützturm deaktivieren. Deaktivieren. Der Geschützturm könnte einige böse Löcher in der Mom. Ach du Scheiße. Usa, 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 muss rennen. Ach, da unten. Ach, hör auf. Gehst du weg. Gehst du, sterben. Gehst du, sterben. Ach, herrje. So, die Dinger sind gefährlich. Das haben wir vorhin schon mal an unserem eigenen Leib erfahren. Kai, dann geht er weg. Wir jagen hier alles in die Luft. Wenn das das Letzte ist, was wir tun. Dann mal auf hier hoch und mal schauen, ob wir den Geschützturm außer Gefecht setzen können. Vorratsbehälter öffnen. Vorratsbehälter öffnen. Ja, auf Universal Geh reduzieren. Und was haben wir hier? Munitions-Upgrade. Reduzieren wir mal auch auf Universal Geh. So, Turmsteuerung deaktivieren. Achtung, Bastarde sind uns gefolgt. Wo denn? Wer denn? Ach. Ach, nee. So, Midi-Pack reinzwitschern. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Zur Brutstätten-Einrichtung. Ja, das klingt doch gut. Aber wohl, ich will erst den Typen da unten noch platt machen. Ja, Kaidan, hervorragend. So. Und runter mit uns. So, Turm ist aktiv. Deaktiviert. Nicht aktiviert. Deaktiviert. Und jetzt versuchen wir mal die Bombe scharf zu machen. So, jedoch vorher speichern. Und in der Brutstätte an den geothermischen Leitungen oder wie das war, glaube ich, sollten wir dann die Bombe hinlegen. Da ist es. Wir müssen die Gate ausschalten und die Sprengladungen anbringen. Ach du Scheiß. Mach zu, die Luke. Ich bin gerade ein wenig beschäftigt. Ich verstecke mich mal hier dahinter. So. Die Brutkasten. Ach, wir sind hier mitten im Brutkasten. Und jetzt müssen wir... Sprengladungen angebracht. Alle Mann runter. Runter. Alles klar. Türe. Türsteuerung geht auf. Und jetzt? Was jetzt? Kraftstofftank. Gut gemacht. Eine Sache weniger, um die wir uns Sorgen machen müssen. Commander, ich bringe uns rein. Ich nähere mich der Stelle, soweit ich kann. Oh, was war das? Müssen wir die Kraftstofftanks ausmerzen? Was ist das? Ach da, Joker. Oh, komm. Oh, komm. Oh, komm. So, nichts wieder hin mit der Bombe. So, vorsichtig, vorsichtig. Ich höre Sie, Ashley. Normandy, holen Sie uns ab. Holen Sie sie da raus, Joker. Sofort. Negativ. Es ist zu gefährlich. Dürfen das nicht riskieren. Nein. Wir halten Sie so lange zurück, wie wir... Schon okay, Commander. Ich brauche ein paar Minuten, um die Bombe vollständig scharf zu schalten. Holen Sie sie und kommen Sie dann... Ja, gute Idee. Hoch zum Flackturm. Los. So, Rex. Garros. Dich nehmen wir wieder mit. So, wo müssen wir jetzt lang? Zurück zum Flackturm, oder was? Brutkasten. Zum Flackabwehrturm. Ach, wir müssen da hinten lang. So, und hier müsste irgendwo... ein Türchen sein. So, da. Kann ja wohl nicht angehen, einfach Williams zurückzulassen. So haben wir aber nicht gewettet. Mistvieh, du. Wo ist das Mistvieh? So, da war das Mistvieh. Ich hasse diese Viecher. So. Okay, rein. Wir müssen es schnell machen. Wir müssen Williams da rausholen. So, Coraner hin oder her. Siehst du diese ganzen armen Kroganer-Racks? Aus dir hätten sie das gleiche gemacht. So, Garros, aufstehen. Keine Müdigkeit vorschützen. Hier ist Medipack. Und jetzt müssen wir weiter. Ashley retten. Nur keine Müdigkeit vorschützen, Männer. Bewegt euch. Kann ja nicht sein, dass wir jetzt Ashley zurücklassen müssen. Dann hätte ich Kai dann geschickt. Nein, so gemein sind wir dann doch nicht. So, wo müssen wir jetzt lang? Wo müssen wir jetzt lang? Da hinten. Ach, Kiste. Öffnen, Sturmgewehr. Ja, auf Universalgel reduzieren. Das auch. Und dann geht's weit. Ach du Scheiß. Wie schlimm ist es? Können Sie sie zurückhalten? Es sind zu viele. Ich glaube nicht, dass wir durchhalten, bis sie hier sind. Ich aktiviere die Bombe! Halten Sie durch. Was machen Sie denn da, Alenco? Ich stelle nur sicher, dass diese Bombe hochgeht. Unter allen Umständen. Erledigt, Commander. Holen Sie Williams und verschwinden Sie dann schleunigst. Vergessen Sie es. Wir können auf uns selbst aufpassen. Gehen Sie zurück und holen Sie Alenco. Hm. Ja, wen müssen wir jetzt retten? Scheiße, Scheiße. Scheiße. Retten Sie Ashley. Retten Sie Kaidan. Ach, Menno. Nein. Verdammt. Wir retten Ashley. Williams, funken Sie Joker an und sagen Sie ihm, er soll uns am Flakturm treffen. Ja, Commander. Ich... Es ist die richtige Entscheidung und Sie wissen das, Ash. Tut mir leid. Tut mir leid, Kaidan. Ich musste mich entscheiden. Ich verstehe, Commander. Ich bedauere nichts. Nein. Scheiße. Scheiße. Ist das kacke. Mann. Jetzt verlieren wir hier Kaidan. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Hm. Müssen wir eigentlich einen verlieren? Das ist die Frage. Ja, was ist denn hier los? Sie müssen sich beeilen, Commander. Wir können Sie nicht länger zurückhalten. Achten Sie auf die Ecken. Sperrfeuer. Ach so, das ist Ashley. Okay. 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 Wo ist denn hier noch einer? Ist doch gar keiner mehr. Hä? Hä? Bin ich jetzt blöd, oder? Was? Ähm. Ja. Gute Frage, wo der eine Typie ist. Hä? Kann er jetzt nicht sein, oder? Wo ist denn der? Hier ist doch niemand. Hä? Wir müssten doch mittendrin sein. Ach, der da war's. Der da festklebt. Danke.